Ich habe ihm jetzt gesagt, er soll in den Cartoon-Modus gehen. Ich habe aber keine Ahnung, was das bedeutet. Eigentlich habe ich überhaupt nichts zu erzählen. Ich wollte bloß gucken, ob das jetzt wieder funktioniert. Ach doch, eine Sache habe ich zu erzählen. Ich habe gestern irgendwie meine Video-Kodex mal abgedatet. Ich benutze ja dieses komische Carlyte-Kodex-Pack, was wahrscheinlich die meisten Leute benutzen. Das ist kostenlos und damit kann man fast alles abspielen. Und mit dem Carlyte-Pack 880 oder was ich da hatte vorher, konnte man auch alles mögliche aufnehmen. So wie jetzt gerade. Also als X-Speed und mit irgendwelchen Sachen wie Cartoon-Modus und so'n Scheiß. Auf jeden Fall habe ich es abgedatet gehabt zu Version 9.1 in der Hoffnung, dass das Ding dann irgendwie besser wird. Aber es wurde nicht besser, sondern geschissener. Erstens sind sämtliche Codex irgendwie, also die Coder, die Dinge zum Encodieren, zum Machen von Videos, die waren einfach mal nicht mehr mit dabei. Was ich mir eigentlich hätte denken können, da nehme ich dieses neue Upgrade da irgendwie. Das war auf einmal gut 10 Megabyte kleiner als das Original oder so. Ja, und zweitens war das Ding auch bei der Wiedergabe echt scheiße. Wenn man im Hintergrund irgendwas anderes gemacht hat, als bloß das Programm zu benutzen. Selbst wenn das nur der Media Player Classic war, ist, naja, das Bild wird ständig eingefroren und dann hatte ich immer so einen komischen Sprachloops drin gehabt. Und es war wie eine Schallplatte, die einen Sprung hat. Das ist total peinlich gewesen irgendwie dafür, dass es eigentlich ein Update sein sollte. Ich habe es dann gleich wieder gelöscht und anschließend die 880-Version reinstalliert, die ich glücklicherweise noch in meinem Archiv hatte. Und naja, es funktioniert jetzt scheinbar wieder. Also zumindest hat das Abspielen von Videos wieder anständig funktioniert. Außerdem habe ich meine Mikrofone woanders hingeklebt jetzt. Allerdings musste ich feststellen, dass der rechte Kanal bzw. die linke Seite irgendwie immer noch mehr rauscht als die andere. Das muss an den Mikrofonen liegen. Und das, obwohl die diesmal sogar gekauft sind und nicht selbst gebastelt oder irgendwas. Die sind halt Original Speedlink-Mikrofone und das eine ist scheiße und das andere nicht. Aber das eine habe ich auch wesentlich länger als das andere. Wahrscheinlich liegt es daran. Ich habe auch schon mal einen Böller vor allem von den Dängern explodieren lassen. Vielleicht piept es deswegen jetzt nicht dauerhaft ein Tinnitus oder so. Wenn ich irgendwann mal wieder Geld habe, dann werde ich mir vielleicht mal ein weiteres Mikrofon kaufen, falls die denn überhaupt noch verkauft werden. Und sonst muss ich zwei neue kaufen von einem anderen Hersteller, die dann bestimmt wieder scheiße teuer sind. Aber naja, kann man gucken. So, achso, Mix-Maus, Escape-Taste. Ach ja, und noch was. Ich habe beim Installieren diesmal diesen Haken rausgenommen. Da gab es echt bei der Installation so einen Haken, auf dem drauf stand Volume Normalization oder so ähnlich. Es ist nämlich aufgefallen, dass bei meinen alten Aufnahmen immer, wenn ich ruhig war, auf einmal das Rauschen unglaublich verstärkt wurde. Also irgendwie, das hat einen furchtbaren Effekt gehabt. Merkt man bei meinem Low Frame Rate, ein Collab Entry irgendwie auch. Der ist scheiße gewesen vom Sound her. Aber da ja da drin auch nichts gesagt wurde und eigentlich auch nichts passiert ist, ist das nicht ganz so schlimm. Aber scheiße ist es trotzdem. Naja gut, ich glaube das Rauschen ist trotzdem jetzt so, Also es wird nicht mehr verstärkt so ins Unendliche. Es ist halt einfach immer nur noch da und nervt. So, das war's. Mal gucken, ob das von uns trat hier.